Musik Mein Name ist Petra Deutschle, ich bin Oberärztin hier in der Frauenklinik und leite das zertifizierte Brustzentrum seit 2018. Neustadt war eines der ersten zertifizierten Brustzentren in der Region. Ich bin Gynäkologin, habe so eine ganz klassische Ausbildung durchlaufen und habe mich vor über zehn Jahren auf dem Gebiet der Brustkrebsbehandlung spezialisiert. Was bedeutet Zertifizierung für Sie? Das bedeutet, dass wir nach hohen wissenschaftlichen Standards behandeln, dass wir nach Leitlinien behandeln, dass sie von Operatörinnen und Operatoren behandelt werden, die entsprechend Fallzahlen aufweisen und eine hohe Expertise auch haben. Und das bedeutet auch, dass wir jährlich überprüft werden, dass unsere Qualität überprüft wird von der Deutschen Krebsgesellschaft. Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung der Frau. Jede achte, neunte Frau erkrankt an Brustkrebs. Die Heilungsraten von Brustkrebs liegen heutzutage bei über 90 Prozent, dank des enormen medizinischen Fortschritts. Die Patientin als Frau und Mensch steht für uns immer im Mittelpunkt. Wir sind als Team immer für Sie da. Häufig begleiten wir Frauen über einen sehr langen Zeitraum, von der Diagnostik über die Therapie bis hin zur Operation und zur vollständigen Genesung. 80 Prozent der Tumoren operieren wir heutzutage brusterhaltend. Es ist nicht nur wichtig, dass es im Gesunden entfernt ist, sondern dass es hinterher auch gut aussieht. Es ist natürlich bei einem gewissen Prozent der Frau notwendig, dass man die Drüse entfernt. Und auch hier schauen wir, dass wir entweder die Brust sofort rekonstruieren, mit Implantaten oder mit Eigengewebe durch unsere Kooperationspartner. Dass die Frau ihre körperliche Integrität weiterhin behält, wenn sie die Klinik verlässt, ist für uns auch ein Teil der Therapie. Am häufigsten wird Brustkrebs durch das Mammographie-Screening entdeckt oder dadurch, dass die Frau das selber ertastet oder durch die betreuende Frauenärztin. In unserer wöchentlichen Tumorkonferenz sitzt ein Team von Spezialisten. Jede Patientin wird sowohl vor als auch nach der Operation dort vorgestellt und es wird individuell für jede Patientin ein Therapieplan erstellt. Für die meisten Patientinnen bedeutet eine Krebsdiagnose eine immense Herausforderung. Sie werden quasi von einem Moment auf den anderen aus ihrem normalen Leben, aus ihren normalen Bahnen gerissen. Und es kommen sehr viele Ängste auf und natürlich auch viele Fragen. In Tumorzentren wie in unserem Brustzentrum sind Psychoonkologinnen inzwischen ganz fester Bestandteil im Team. Und wir stehen in allen Phasen der Diagnostik, der Behandlung, auch während des stationären Aufenthalts und auch für Nachsorgegespräche zur Verfügung. Mein Team und ich können versuchen, hiermit zu unterstützen. Wir erklären, was auf die Patientinnen zukommt, Schritt für Schritt. Wir können Fragen, die Menschen in der Situation haben, aufnehmen, quasi als Außenstehende. Und wir sind auch für Angehörige und Freunde der Patienten da, die ja als Teil des Systems quasi mit betroffen sind. Das können Fragen sein wie, wie gehen wir als Familie damit um, wie sagen wir es den Kindern oder auch ganz praktische Fragen. Wenn jemand längerfristige psychoonkologische Unterstützung sucht, dann vermitteln wir auch gerne an andere Stellen. Mein Name ist Stefanie Greifzug. Ich bin pflegerische Bereichsleitung und unter anderem für die gynäkologische Station zuständig. Patientinnen, die ins Brustzentrum kommen, haben hier in der gynäkologischen Ambulanz ihren ersten Termin. Hier begrüßen wir Patientinnen und Patienten, die zur stationären Aufnahme kommen. Speziell qualifizierte Mitarbeiterinnen begleiten sie und unterstützen sie während ihres gesamten Aufenthalts. Unsere Pflegekräfte haben teilweise Fortbildungen besucht, wie onkologische Fachkraft oder Press-Care-Nurse. Eine Gruppe von ehrenamtlichen Frauen macht sich die Mühe, für jeden Patienten und jede Patientin eins dieser wunderbaren Herzkissen zu nähen. Diese benutzen die Patientinnen während ihrem ganzen Aufenthalt und nehmen sie auch mit nach Hause. Sie können zum Beispiel wunderbar den Arm der operierten Seite darauf abstützen. Wir sind die Strahlentherapie in Neustadt. Wir sind seit 2012 hier und seitdem müssen die Patienten, die hier operiert worden sind, nicht mehr weit fahren zu den täglichen Bestrahlungssitzungen, sondern können das hier vor Ort haben. Die Patienten werden ja von vornherein besprochen im Tumorboard. Das ist sehr angenehm. So bekommen wir schon vor der Operation mit, was geplant ist. Nach einer Brusterhaltungssitzung schließt sich dann eigentlich immer die Strahlentherapie an, die damals noch, als wir 2012 hier angefangen haben, fünf Wochen dauerte. Das hat sich inzwischen erfreulicherweise für die Patienten deutlich verkürzt. Viele Patienten werden nur noch drei Wochen lang behandelt. Bei mir wurde vor circa neun Monaten Brustkrebs festgestellt. Ich bin dann hierher ins Brustzentrum Neustadt gekommen zur genaueren Diagnostik und zur Beratung. Und das war natürlich schon erst mal die Diagnose und die gesamte Situation ein ziemlicher Schock, weil tatsächlich über Nacht alles komplett anders ist. Wir haben uns dann in einem ausführlichen Gespräch zu den einzelnen Therapieschritten unterhalten und entschieden, dass wir hier eine Operation durchführen, anschließend Chemotherapie und eine Bestrahlungsserie. Das fand alles in Neustadt statt. Da war ich ganz froh, dass die Wege kurz waren. Also das war tatsächlich sehr angenehm. Und was auch sehr gut war, dass man sich tatsächlich um nichts kümmern musste. Also durch die gute Zusammenarbeit oder Kooperation der einzelnen Fachpraxen musste man sich um keine Termine, Organisationen kümmern. Es war alles geregelt. Also bei jedem Therapieschritt, also sowohl jetzt hier im Krankenhaus, der stationäre Aufenthalt, in der Onkologie, die Chemotherapie und auch in der Strahlentherapie, war ich wirklich sehr gut beraten und konnte auch wirklich jederzeit quasi rund um die Uhr Fragen stellen. Das war mir auch ganz wichtig. Und insgesamt war ich also wirklich sehr zufrieden mit der gesamten Behandlung und Betreuung während der Behandlung. Zum einen, was die fachliche Kompetenz betrifft und zum anderen auch, was die persönliche Betreuung hier betrifft. Also es war wirklich sehr freundlich und auch sehr persönlich in jeder Hinsicht und in jeder Lage. Und das ist letztlich eigentlich auch das, was man in so einer schwierigen Situation braucht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017